Newgrounds Newgrounds Everything Everyone Hey Leute, lasst uns ein Brettspiel spielen! Yeah! Seid bereit für ein verrücktes Abenteuer, ihr Muschis? Hey, wo ist das hier los, eh? Wow, ich glaube, du bist als erstes dran! Okay... So, okay, bekomme ich jetzt Geld oder sowas? Gratulation! Mal sehen, was du gewinnen möchtest! Hast du ein Glück! Ich bin dran, ich bin dran! Hey, willst du einen Stern kaufen? Aber ich habe keine Münzen! Ach ja, hörst du trotzdem ein? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Hey, scheiße, was soll'n das? Hey, keine Sorge, wir haben irgendwann... Zeit für ein Minigame, ihr Penner! Gewonnen! Meier Party 287 von Milden Bradley, inklusive vieler sinnloser brutaler Todesarten, geh los und kaufe ich sie noch heute! Wir wollen genitter! !" ... IT'S ME! Heute werde ich meine Freunde retten! Das? Das sieht irgendwie komisch aus. Das? Deine Zeit ist gekommen, Sternenkrieger. Die Rache wird mein sein und ich werde das Traumland erobern! Mit wem redest du? Mit dem Teufel persönlich. Echt jetzt? Nein, aber in der nächsten Sekunde hast du diese Möglichkeit! Nein! Nein! Die Rache ist in der Zeit! Beide und die Rache ist in der Zeit! Seine Kacke. Wir kämpfen bis zum letzten und wenn nötig gehen wir runter mit dem Schiff! Und am Boden, Mann am Boden! Der Gegner sind besitzt der Leiche! Tötet den verschissenen Hund! Granate! Fürs Vaterland! Warum alles in der Welt sollte ich jetzt bitte... Halleluja! Fox, was machst du da? Wir müssen los und den nächsten Casuar-Geist finden! Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines... Du hast keine Zeit sich wie ein Lüster-Dop perversling aufzuführen! Mach schon, drück A um zu schießen! Ich wünschte ich hätte jetzt ne Kamera dabei! Ha! Verlass dich auf mich, Foxy Brown! Neu Pokémon Snap Triple X! Mit neuer Pikachu-Pussy-Action! Jeden Tag und jede Nacht lang! Dunke, 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 dunke! Und er suchte nach einem Pokémon mit großen Bristen! Also benutzt er den Stein und ich habe mich entwickelt! Ich sage dir, das hat ihn wirklich weich gemacht! Ja, manchmal hat er... Oh... Oh... Hm... Hehehehe! 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 Heh hehehehe! Begegnet! Schreie! Schreie! ... Du kannst nichts. Das Spiel ist Hammer! Okay, Leute. Seid ihr fertig zum Käpen? Ich habe das Zelt aufgestellt. Da drüben. Zum Schlafen. Ich habe Feuer gemacht. Brennen! Brennen! Okay. Ich habe alle Sachen gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Und ich habe unsere Truhe mit uns in Initialien bemalt. Ist das nicht sagenhaft? Gott, ich frage mich, was Gando gerade tut. Das fragst du dich nicht, weil du nicht denkst! Ähm, entschuldige mich, Prinzessin. Hau ab! Hey, was ist mit dem da? Ich liebe euch. Hey, Dixie. Was hältst du davon, wenn wir auf die Plattform springen und ich besorg's dir dann an einem Tintikon? Du weißt schon, dass wir verwandt sind, oder? Das ist ja doch viel besser! Herzlich willkommen zu Crazy Varios Microgame Imperium. Ich bin so durchgeknallt. Ich biete euch diese kleinsinnlosen Müllspiele für nur Dollar. Eeeesch! Zeige deine krassen Skills, dein Video-Game-Homies. Suck bitte das kleine Mädchen. Grabsche an Titten. Spiele mit Messern. Geile Wave Party! Zusammengefasst. Es ist nicht von mir. War, Ryo. Es ist nicht gut. Produziert in... Ach, was auch immer. Aber es kommt ja sowieso ganz groß raus. Mahahahahahaha! Kommen wir nun zu unserem Film zurück. Planet der Affen. Hey, boah! Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Hä? Heulige Scheuße! Bitte umarme mich nicht so fest! Nimm deine Foten von mir, du verdammter, dreckiger Mensch! Das ist nicht mein Hause! Nö, mein Hause! Nö, mein Hause! Hey, game watcher! Need to go! You got table two, you got about like fifteen pancakes. You need to get like eighteen little pancakes, man. They definitely don't got no pancakes. You need to go to table seven, table eight, table 23. You need to go to like eighteen drinks. Just go get them, man. I don't care. Just do it now. Uh, the... Huh? Did I win? Ja, ja! Genau, Baby, los! Zeig's mir! Zeig dir deine Diamanten und Perlen! Oh! Oh, nein! Was denn? Wo? Wo ist der Pauseknopf? Was? Ich wette 20 Goldstücke, dass 90% dieser Idioten nichts von einem Feuer im Leben wissen. Hey, du! Willst du mir helfen, meine Freunde zu retten? Na los, mein Widersacher. Nimm das Schwert und kämpfe gegen mich. Was? Nö. Äh, warum nicht? Äh, ist nicht so danach. Äh, aber wir müssen kämpfen. Okay, von mir aus. Aber ich werde nicht dieses Schwert nehmen. Oh, doch, das wirst du. Du nimmst dieses Schwert und wirst es toll finden. Nö. Okay. Okay, ich kann warten. Okay, von mir aus. Spür die Kraft, meine Schrotzen. Oh, das hat nicht wehgetan. Oh, was für ein Kampf. Hast du es gesehen? Fast mein kompletter Tank war leer. Und trotzdem, ich habe zu ihm gesagt, ey, ich ficke deine Mutter. Er spricht jeden Tag zu mir und verliebt vor von mir in die Augen, wie zum ersten Mal, als wir es liebten. Ich glaube, der einzige Grund, dass er mich veranfaßt hat, ist dieses Schleizkleidende und die Kraft, die wir zusammen aufgezogen haben. Ich helfe mir nachher noch zusammen mit. Nein! Du hast versucht, meine Unterwäsche zu sehen? Oh man, ich war ein gestresster Mann in einem stressigen, schlechten Spiel, der das Bedürfnis nach einer Abwechslung hatte. Oh, ich liebe es, wenn du schmutzige Sachen sagst. Oh, jetzt halt die Klappe! Okay, was sehen wir hier? Zeit im Raum, jedes menschliche Gefühl, jedes natürliche Element, die Natur selber, das Leben, den Tod. Was machen wir jetzt nächstes? Nein, warte, Moment, den hatten wir auch schon. Fuck! 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 Achtung, bewohner des Smash Brothers Universums, ich bin gekommen, um eure Welt zu erhoben und das wird für mich ein leichtes sein. Au, verdammte Scheiße, die Geräusche sind einfach unerträglich! Nicht so schnell, wir werden sie schlagen, los Clurak! Oh Gott, ich weiß nicht wer von den beiden schlimmer ist. Ignoriert mich nicht! Hey Leute, bin ich zu spät? Aua! Scheiße, diese verfickte Igelfresse! Okay, wollen wir? Ah, Scheiße, ich glaube jetzt brauche ich eine heiße Dusche. Ja... Gesaft! Scheiße! 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 Ja! Scheiße! 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 Ich poeme auf, Du bist! Untertitelung des ZDF, 2020